Es ist uns als Fraktion sehr wichtig, dass wir in der Legislatur möglichst in jedem Bezirk auch mal vor Ort waren und uns die Situation angeguckt haben, direkt mit den Menschen zu sprechen, weil es immer unterschiedlich ist, wie so die Zugänge zur Politik sind und manche Anliegen erreichen uns auch nicht direkt. Deswegen ist es toll, wenn man sich vor Ort selbst mal einen Eindruck machen kann. Gerade in der Zeit jetzt, in den multiplen Krisen, Klimakrise, Coronakrise, aber auch die Energiepreiskrise, ist es wichtig, mit Menschen vor Ort in Gespräch zu gehen, deren konkrete Problemlagen zu erfahren und dann auch gemeinsam über Lösungen nachzudenken. Das sehen wir als Linksfraktion als unsere Rolle. Der Aufgabe werden wir uns stellen und deshalb sind wir heute hier. Bis zum nächsten Mal. Wir zahlen in Ordnung, ein spannender Kiez im Umbrauch, da wo viele Menschen leben, die in sozial schwierigen Lebenslagen sind, aber gleichzeitig eine ganze Menge tolle Kolleginnen und Kollegen in sozialen Einrichtungen sind, die sich ganz herzlich darum kümmern, dass hier die Nachbarschaft zusammenbleibt. Dafür sagen wir heute auch einfach mal Danke. Genau, und als Fraktion vor Ort sind wir auch da für die vielen Hinweise, auch für die Probleme, die uns die Bürgerinnen und Bürger mitgeben. Die Fraktion ist hier vor Ort, um es sich nicht nur anzuhören, sondern auch in Politik umzusetzen. Von Stadt- und Entwicklungsthemen über Mobilität bis hin zu den sozialen Herausforderungen und Geeds. Dafür ist die Least-Fraktion da. Von Stadt- und Entwicklungsthemen über Mobilität bis hin zu den sozialen Herausforderungen. Bis zum nächsten Mal.